hallo und herzlich willkommen bei wetter gamble ich bin heute wie oft hier nach dem ticket und heute für das spiel global city building and harvest viel spaß so und da sind wir schon wieder dann drüber hier start ich habe einen account schon angefangen auf plus deck 5 und das ist der hier schon ich bin vor allem kein problem was wir hier machen müssen das hat eine stadt aufbauen london ok das war kurz eine werbung gewesen diese hier die tägliche quest vier stück habe ich ein schiff los schicken zwei aufträge und zehnmal glas herstellen dann muss ich da erst mal gleich gucken schiff können wir ja schon mal los schicken drei schiff los schicken naja das ist eine gute idee war die scheine dafür auszugeben ich bin so selten im erschein na gut hier haben wir schon mal zwei hier mal dreimal sand hier oben aber herz jeweils zwei und dann müssen wir gucken was haben wir hier noch london projekte ok keine steuereinkommen schade ja eine nachricht ist noch da also das ist die hier aufgaben was zeichen london siebeneinhalb stunden die der big ban ich weiß noch nicht wie ich das denn packen soll naja, ok es ist aber die Quest halt das Wasserzeichen bauen ich setze es mal jetzt hier so einfach hin mir fehlt da noch dreimal Stahl Gebäude drehen viel besser warum nicht gleich so Dankeschön für den Tipp so, Gebäude gebaut jetzt ich brauche noch dreimal Stahl Stahl hier ist kein Stahl hier ist Stahl aha, jetzt brauche ich noch Erz gut, 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 gut was brauche ich hier? Schiff los schicken das Schiff braucht auch Stahl na super Stahl, Schiffe, Stahl und der braucht Sand na gut na gut jetzt mache ich mal Sand hier rein Siegelsteine fünf Stück also erstmal probiere mal die drei jetzt nur noch zwei Stahlträger zu fertigen ich muss mal hier drauf achten ich habe das einmal wo ich das das erstmal gespielt habe war es bei mir gewesen dass ich auf einmal nichts mehr lagern konnte und wenn ich nichts mehr lagern kann ist es doof Sachen fertig zu machen warte, Glas stand doch da wo kann man Glas machen bestimmt hier bei einem Siegelstein ne leider nicht da ist doch Glas erst mal das Gebäude fertig Lager voll, das meinte ich. Jetzt ist Lager voll Ich kann nichts mehr annehmen Dann schicken wir den hier weg, da habe ich wenigstens wieder bisschen Platz Aber jetzt muss ich glaube ich wieder einen Stallträger mehr fertigen Ja, zwei Stück noch. Das sind die beiden Eine Minute zwanzig noch, dann ist der fertig Schon mal im Vorfeld bisschen arbeiten lassen Oh 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 So Aber Jetzt war ich wenigstens das hier vorne fertig Nummer 1 aufwerten Da brauche ich einmal Schrauben für Aber jetzt brauche ich wieder vier Stahlträger Boah, die schrauben drinnen aber lange Ich brauche keinen Sand Ich brauche keinen Sand Warum nur nicht Sand? Ach, Stahlträger Nothing Hm. Bei mir wäre auch doof, wenn ich jetzt die 10 Glasplatten herstelle, aber dann mein halbes Sager mit den Glasplatten voll ist. Ich kann die noch nicht gebrauchen, die Glasplatten. Und das ist das Problem. Und das ist das Problem. Zwei Stahlträger, einer ist da, also noch ein. Naja, auf jeden Fall kommen wir hier weg zu. Hier ist die erste Stadt, wo man anfängt. Dann gibt es noch hier, was war das? Ach, hier Freizeitpark, muss man noch bauen. Hier oben war noch was. Hier ist, glaube ich, mit Sport war das. Felder, Acker. Ich glaube, hier ist die Rennstrecke. Und hier ist dann die Insel. Da wird dann hier eine Brücke rüber gebaut. Da wird natürlich noch erweitert. Da kommt Zugwas, glaube ich. Wo kommt man das sehen? Oh. So, wo kommt man das sehen? War das hier? Nee. Hier auch nicht. Wo konnte man das sehen? Ah, schön. Hier kommt man das sehen, genau. Hier ist Metropolkomplex. Archäologische Ausgrabung. Global City, das war da oben. Frachthafen. Das hier ist das Riesenrad von Freizeitpark. Schienmann unten rechts. Eine Ringbrücke. Die Inselbrücke. Ja. Und das ist das letzte, die Inselbrücke. Bislang. Vielleicht kommt hier noch was. Ich weiß es nicht. Ach, jetzt habe ich das nicht. Ach, das geht ja schnell. Eine Minute. Und jetzt brauche ich noch die roten Ziegelsteine. Und jetzt brauche ich noch die roten Ziegelsteine. Fünf Stück, damit ich das freischalten kann. Eine habe ich schon, also noch vier. Verkauft. Hauptbahnkreuz. Oh, schon beide fertig. Oh, was muss ich hier denn noch bauen? Mal mal zwei. Ja, jetzt muss ich hier noch diese Glasplatten herstellen. Aber wie gesagt, wenn ich mir davon jetzt zehn Stück herstelle, dann ist mein halbes Lager voll. Was mache ich da mit den Glasplatten? Hm. Also der Hafen ist fertig. Da, hier bin ich fertig. Hier ist gerade noch der Big Ben, den ich bauen muss. China kann man ran suchen. Und Sand natürlich noch zwei. Ja. Und Sand natürlich noch zwei. Einzige Silbermünzen. Wo kriege ich die denn her? Format. Ja. 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 Aber. Ja. Ja. Okay, das haben wir, Stahlträger brauchen wir noch zwei Stück, das heißt also wieder. So. Eine Försterei, das wären das Waldstück hier, auch gut, auch gut, was brauche ich dafür, Herze und diese zwei Säcke, okay. Wie komme ich da an die Marken? Ah, hier mit den Schiffen bekomme ich die Marken. Ja, Glas. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den Försterhütte hier, weil ich damit schon fast fertig bin. Jawohl. Was ist das? Nivelliergerät. Ich glaube, ich muss hier ein paar Häuser bauen. Das sind die Wohnhäuser, die habe ich ja hier, die drei. Diese Wohnblöcke habe ich vier Stück. Ein Reihenhaus habe ich gar nicht. Ich brauche auch keine Wohnhäuser, ich brauche Arbeitshäuser, würde ich sagen, ne? Industrie. Oder Fabriken. Eine von drei, das ist die hier. Ich kann nur die herstellen. Und hier. Okay, okay, okay. 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 Ziegel. 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 Die Säcke habe ich schon. Jetzt habe ich nur noch die zwei Ziegelsteine. Nein, nicht draufdrücken. Nicht draufdrücken. Sonst muss ich wieder von euch anfangen. Was? gut. also DLL 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 Und noch ein Ziegel. Okay. Oh, ich wollte die doch gar nicht herstellen. Kann auch nicht mehr rausnehmen. Schade. Schaden, schaden. So. Was will mich denn jetzt? Straßenabschnitt bauen. Zwei Ziegel, ein, zwei Erz und zwei mal diese. So. Okay. Schon mal produzieren. Guck mal, wir machen hier jetzt mal. Ah, ich hab... Oh, ich möchte den noch schnell fettig machen. Oh, da muss ich noch was machen. Ja, in der Maschine bauen. Ach je. Ach je. Abgeschlossen. Leute, ich hab das, die zweite Stufe abgeschlossen, bevor ich die erste Stufe abgeschlossen habe. Seh ich gerade erst. Ah. Das ist ja witzig. Komm, das machen wir doch schnell. Das war das. Hm. Gleich bin ich fertig mit den Nerven. Ah. Zwei Ziegelsteine noch. Mensch. Schau mal hier. Kann ich hier vielleicht Ziegelsteine kriegen? Da. Zwei Ziegelsteine. Komm, machen wir es so. Nicht verkaufen. Ah, Mist. Hab ich dir das gekauft oder verkauft? Ah, ich hab's gekauft. Gut. So, die Erntemaschine. Noch mehr. Fünf Ziegelsteine. Fünf Ziegelsteine und die Zwei. Fünf Ziegelsteine. Okay. Ich verstehe. Jetzt kann ich mir noch anschauen, wie seine Basis aussieht. Basis, seine Stadt. Er hat auch schon beide Häfen. Okay. Gut. Dann. Nachbar den. Nachbar den. Da. Ich bin sicher nachdem. Bindest passen. Keine. Da, nach vorne. Ja, na, nach. Na. Das sieht doch schon mal gut aus. Zwei Säcke. Der eine Sack sitzt schon hier. Okay, das haben beide Säcke. Oh, das war aber jetzt so eine ganz schöne Ecke. Okay. Habe ich was vergessen? Zwei Säcke bin ich glaube ich am Produzieren. Ja. Hier liegen viele drin. 45, 45. Elektrizität. Wasserversorgung auch. Okay. Aber wie gesagt, ich finde das Spiel richtig gut. Mir gefällt es. Und das dauert jetzt eine halbe Stunde. Dann würde ich sagen, das war es dann auch schon für heute. Der hätte ich nicht geschafft. Sprich, das eine mit dem Glas, was ich nicht machen möchte. Weil sonst alles, wo ich es verkaufen könnte. Ach, das dauert acht Minuten. Nee. Das dauert mir zehn Stück, das wären 80 Minuten, die ich da produzieren müsste. Nee, danke. Dann würden wir sagen, das war es für heute. Dann sechs, dann ist das bald. Dann sondern dann wo, wo es hier gibt. Also danke, ich würde mich freuen, wenn ihr想看看. Danke fürs Zuschauen. Bis dann, ganzуйте. Wil das Gracias. Geeze2 Tschau7 Schau7 Vielen Dank.